Hallo zusammen, da sind wir schon wieder, beziehungsweise ich. Heute geht es nach Horn. So sieht es aus, wenn man kurz vor der Abholung ist. Nein, das ist natürlich nicht immer. Halt! Da habe ich keine Aktien. Halt! Da habe ich das Ausleben gesagt, du bist so bescheuert. Halt! Nur weil man es sich trennt, geht man doch nicht direkt weg. Harways, I wanna be with you. Nennt ihn auch den weißen Eminem. Und der schwarze Eddie Morse. Und dann kommt der blonde Tarzan. Es ist kalt und nass und ja. Wir sind jetzt in Horn. Es ist ein wunderbares Mal. Jörg, hab die Kini, das ist ja. Nein! Die Jungs sind wieder sehr gut gelaunt und nervig für alle. Ich glaube, Leser gratis. Beim Kauf von Zweifflaschen. Isau, Lupus! Lupus, Isau! Lupus! Ich kann euch gar nicht drücken, ich hab die Hände voll. Der Pfeppeli ist wieder vereinsatzgekommen. Alle da. . Dann geht's mal. Hi, ich bin der Tibu von Mompilz, bekannt aus einigen Momenten, in denen ich Bier getrunken habe. Was war die zweite Frage? Ich trinke Bier, bin leider nicht Single. Doch, ich freue mich eigentlich, dass ich nicht Single bin, aber ich muss der Annika leider sagen, dass ich nicht Single bin. Doch, es wird so kalt. Es wird so kalt. Das war das coole Intro, Alter. Ja, nein, du bist doch... Wie heißt du? Iron. Was meinst du? Wie heißt der Nachnamen? Ja, das weiß ich teilweise selbst nicht. Iron Melt. Und bist du Single? Ja, ich glaube schon. Wir lassen den Abend jetzt noch nett ausklingen. Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen, der Hahn muss... Wir trinken natürlich nicht. Morgen, mittags, abends, servus, lau. Da ist die Hahn, ist der Lauch. Das war Joda. Kochjacke. Das riecht Koch. Das sieht voll gut aus. Hallo. Gute Nacht. Tschüss. Wir wünschen einen guten Morgen aus... Horn. Horn. Da kommt Hannes. Horni, Horni, Horni. In seinem Hobbit-Mantel. Alter, ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben einen Mantel auf Mittlerdarmat. Alter, ich bin der Regen von Mumpilz. Und was machst du? Ich, äh, Mumpilz. Wirst du Single? Jupp. Die lieben sich voll. Ich liebe die auch, wenn ich voll bin. Wir haben schon gespielt jetzt. Das ist so einer von beiden verlebt. Wir leben gerade. Auch unser neues Lied, das ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Alter, der Krasch. Ist der am anderen was? Ja. Wo sind die Räder an die Lärmein? Ja, falsch. Die an der Tür gerüttet hat, ja? Und dann die Schuld auf unten. Oh, nein. Ja, wenn die Dusche singen, hoff, dann füllen, ab, die Mädels fallen, ab, die Mädels fallen ein. Oh, nein. Was kann das Leben für ein Schönes geben? Wir wollen glücklich sein. Ja, wenn die Burschen singen, hoff, dann füllen, ab, die Mädels fallen ein. Oh, nein. Was kann das Leben für ein Schönes geben? Wir wollen glücklich sein. Ja, wenn die Burschen singen, hoff, die Krampen klingen, ab, die Mädels fallen ein. Oh, oh. Es kann das Leben für ein Schönes geben. Wir wollen glücklich sein. Ja, wir wollen glücklich sein. Ja, wir wollen glücklich sein. Ja, wir wollen glücklich sein. Prominenz kommt zu spät. Jetzt ist der Umzug dran. Da spiele ich meistens nicht mit, weil es keinen Sinn macht. Da haben wir mich eh nicht hört. Aber ich laufe einfach trotzdem mit, aus Respekt vor den Leuten, die bei dem Wetter laufen müssen. Ich dachte, ich sage mal, das war schon setzbar. Ich habe dann aber natürlich gemacht. Wo sind die Ski? Gut. Spiele drauf. Lasst uns ziehen! Untertitelung des ZDF, 2020 Elea und ich helfen geradeaus in der Küche. Elea, Besteller und ich... ...futter ist Kuchen. ...haben Kuchenorgan... Oh, da ist noch was frei! Ja. So muss das sein. Und jetzt... ...man nehme ein Stück... ...schmackofanz. Jetzt lasse ich mir ein ultra-schickes Glitzer-Tattoo... Von der lieben... ...Steffi! Ja! ...eine Fee! Ja! 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 An! Mit einer erfolgreichen Feuershow und einem erfolgreichen Tavernenspiel sind wir fertig. Ich habe mal die rote Nase. Und falls heute nichts mehr zustande kommt, bis morgen. Schönen Abend, haut's gut. Guten Morgen. Hallo. Hi. Frühstückstisch für all den chaoten Halle. Hallo, Elia. Heute Morgen gibt's Tee-Wurst, Trinken-Wurst und Duo-Creme mit Butter und Erdbeerkäse. Erdbeerkäse. Ich verlasse die Band. Du musst du eh nicht. Endlich. Da draußen Beene beim Frühstück. Nein, wie Zwiebel schneiden. Das ist kein Zwiebel schneiden. Ja. Kennt ihr eigentlich die Geschichte von Philipp Milozovic? Ja. Der schmeißt. Der hatte so eine Linde. Ja. Das wird so runterfallen, ne? Weiteres Frühstück. Das ist das schönste. Easy. Was schimmst du da mit unserer CD? Achso, ey. Die läuft raus. Sie hat in halber Geschwindigkeit aber hochgepitcht. Du 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 du. Gehat nicht mehr. Weil dem die CD länger hält. Uh. Hills. Ir yoo. wie vorher? Blau und Weiß, Grünkohl, tete, tete. Wir sind jetzt auf einer Mission. Keime-Mission. Ich bin schon ganz gespannt, ich habe nur Geschichten gehört. Was genau suchen wir jetzt? Wir suchen jetzt die Bleibe vom Jürgen, das ist eine Ortslegende hier. Es ist anscheinend eine Seitenstraße, in der ein Messi wohnt, der einfach alles mit Obskuritäten vollgestellt hat. Wir sind gespannt. Das sehen wir ja gleich. Also es wird wohl eine Seitenstraße sein, die voll mit *** zugestellt ist. Hier rechts! Eckstein ist das. Wie hier ist das? Ja, guck mal. Also es ist eine Seitenstraße, hier steht nicht betreten verboten, damit alle Bescheid wissen. Hast du Angst? Nee, geht eigentlich noch. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Also hier macht auf jeden Fall jemand noch Sorge. Einmal, okay. Was… Ross! So, krass! 10-10! 10-15-5, 10-15… 14-… 15 Uhr… 15-… 15…… 15… 16… 16… so die jungs haben irgendwas super ekelhaftes gemacht jetzt gibt es erst mal fett essen guten appetit heute hannes hat gerade so eine döner schon aufgegessen und sich einfach ein döner mit nur mit fleisch geholt das nur für dich ich ich es ich es Untertitelung des ZDF für funk, 2017